hallo meine lieben seekräuter und herzlich willkommen wohnzimmerkapitäne hier auf dem siekraut kanal schön dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem ja buff und nerf für forschung supreme schiffe mit dem update 091 wer dachte dass wir euch schon alle informationen zum update 091 serviert haben der hat sich getäuscht gibt natürlich noch weitere updates auch über dieses video hinaus wird es noch weitere informationen zum update geben aber ja forschungsschiffe und prämie schiffe werden wieder verändert und das wollen wir hier in dem video mit euch durchgehen zuerst geht es hier um flugzeug träger im namen hakuryo tier stufe 10 da gab es nämlich ein bug drin und world of warships hat ihn festgestellt und zwar gab es einen fehler bei der genauigkeit der standard schlachtflugzeuge also hier diese hier ja und der da war quasi ein unterschied zwischen dem standard schlachtflugzeug und dem forschungsschlachtflugzeug in der genauigkeit die genauigkeit des standard schlachtflugzeugs wurde jetzt angepasst an die genauigkeit des erforschbaren schlachtflugzeugs und es wurde der schaden der raketen minimiert nämlich von 3450 um 100 punkte nach unten auf 3350 dafür ist der standard flieger halt jetzt jetzt genauso genau aber alle die den erforschbaren flieger hatten wenn jetzt quasi da ist ein ist ein buff und nerf in einem sozusagen also wenn man den erforschbaren flieger genommen hat oder den nutzen natürlich jede menge leute von euch dann ja hat man jetzt so 100 punkte weniger pro rakete darüber hinaus wird es aber auch noch an der entdeckungs reichweite für flugzeug geschwader patrouillen und katapult jägern sowie beobachtungsflugzeugen ja gearbeitet bis jetzt war es so dass wenn ihr flugzeuge gestartet habt ja dann wurde quasi 20 kilometer weit alles aufgedeckt was ihr da so an schiffen zu sehen bekam mit diesen flugzeugen in zukunft werden diese flugzeuge nur noch 19 kilometer weit entdecken und also quasi ein kilometer weniger weit sehen können ich vermute dass irgendeinen hintergrund haben wird also irgendeinen hintergrund den wir jetzt noch nicht kennen ja irgendwie ist mir dazu willkürlich mit diesem einen kilometer da muss noch mehr dahinter stecken ich glaube das wird erst mit der zeit noch irgendwie detaillierter werden und nachvollziehbarer werden warum es 19 kilometer sind und nicht mehr 20 also das muss ja damals den grund gab dann warum das 20 gepackt hat und ich kann mich nicht daran erinnern dass in der letzten zeit mal verändert wurde also von daher glaube da kommt noch eine zweite mechanik oder irgendwas war da daneben drauf zurückgreift dann kommen wir zu einem britischen kreuzer der jetzt verändert wird hatten wir auch schon lange keine veränderung mehr mitbekommen aber die neptune die wird gebufft die ist ja eigentlich schon gar nicht mal so ein schlechter den neuen kreuzer zumindest war es mein empfinden damals als ich sie fahren konnte inzwischen fahr ich sie eigentlich gar nicht mehr aber ihr bekommt eine nachladezeit verringerung und zwar von diesen fünf sekunden die hier noch angezeigt sind runter auf 4,8 sekunden ja also könnt ihr schneller schießen eure euren schaden schneller anbringen mal gucken soll sich dann wahrscheinlich im balancing ein bisschen besser auswirken weil die neptune offensichtlich ein stück weit zurück hängte in den statistiken und wir machen einen weiteren schritt und zwar zu der amerikanischen navy und da haben wir auch schon einen vertreter im spiel der schon sehr lange im spiel ist nämlich die gearing t10 zerstörer und es wird jetzt da eine anpassung gemacht bei den torpedo werfern und zwar haben wir hier eine aktuell noch die angezeigte ladezeit von 106 sekunden in zukunft wird der zerstörer eine ladezeit von 103 sekunden haben das sind erstmal nur drei sekunden ihr wisst ja dass man das denn theoretisch auch skillen kann und so weiter also das könnte dann noch einen positiveren effekt haben aber es werden nicht nur die standard torpedo werfer verändert sondern eben auch die erforschbaren und die werden eben gebaft kann man sagen von 122 sekunden runter auf 118 sekunden ja also auch die laden dann ticken schneller nach zwar langsam als die standard torpedos dafür haben sie ja hier diese reichwerten vorteil und so weiter also auch bei der gearing wird etwas verändert und dann kommen wir jetzt zu russischen schlachtschiffen die verändert werden und der ein oder andere wird sich jetzt freuen und zwar bekommen die russischen schlachtschiffe ein sigma nerf und zwar folgende einmal hier die kreml natürlich auf der tierstufe 10 da wird der sigma wert jetzt von 1,9 reduziert auf 1,85 also wir verlieren 0,05 sigma hört sich erstmal nicht so viel an aber ihr wisst selbst ne beim sigma bei den sigma veränderungen das hat immer relativ gravierende auswirkungen also ein sigma 1,8 oder ein sigma 1,9 das merkt man schon deutlich im spiel und jetzt machen wir hier als ein zwischenschritt sigma 1,85 ihr wisst ja sowieso dass die russen generell ab 12 13 kilometer schon eine deutlich größere streuung haben und erst darunter eigentlich relativ genau werden das ist ja so eine tulpen ähnliche streuungs anordnung oder streuungs ellipse eigentlich flugbahn muss man ja viel eher sagen aber ja die kreml ist das eine schiff und das andere schiff ist eben die schien ob tierstufe 7 da war der sigma 1.6 und der neue sigma ist jetzt 1.55 also auch da noch mal eine reduzierung die schien ob und eben auch die kreml haben wohl weiterhin over performt obwohl sie jetzt vor kurzem schon mal verändert wurden die nächste und letzte nation für heute in diesem video sind die panasiaten und bei denen wird jetzt eine ganze menge verändert also bei einer ganze menge schiffen zumindest und wir wollen jetzt nacheinander mit euch durchgehen es ist auch unter anderem die wukong silivangi und irian mit davon betroffen die jetzt ja gerade erst wieder erspielbar sind in diesem mond neujahr beziehungsweise die wukong und die silivangi jetzt ja überhaupt das erste mal im spiel sind seit diesem event was sie jetzt haben von daher ist das vielleicht auch mal ganz besonders interessant fangen wir zuerst mit der yu yang an da wird die torpedogeschwindigkeit von jetzt 68 knoten auf 69 knoten erhöht und der die torpedowerfer nachladezeit von 146 sekunden auf 142 sekunden reduziert hier haben wir noch den alten wert 146 wie gesagt sind auch erst mal nur vier sekunden es ist eben eine ganz langsame und kontinuierliche veränderung die wargaming hier immer weiter vornimmt um einfach auch ein stück weit die schiffe an der an die gegebenheiten im spiel anzupassen ja auch ältere schiffe so wie die gearing eben das spiel verändert sich wird zügiger und man merkt einfach auch dass jetzt eben die alteren schiffe nachgezogen werden also die neptune ist ja auch schon ziemlich lange schiff oder ein schiff war ziemlich lange im spiel ist und auch da wurde halt was weiter verändert bin ich sehr sehr interessant dazu ein bisschen zu verfolgen weiter geht es natürlich nachdem wir beim t10 dd waren zum t9 dd da werden die standard torpedos gebufft und zwar von 55 knoten hoch auf 56 knoten die nachleitze der torpedowerfer wird reduziert also von 122 auf 119 sekunden und die erforschbaren torpedos bekommen auch ein buff also hier sind wir dann und zwar wird da ein buff geben von 66 auf 67 knoten das ist wieder nur eine knoten geschwindigkeit aber auch damit erhöht sich ja quasi die treffer wahrscheinlichkeit gegebenenfalls man kann aus vielleicht ein bisschen besseren winkel also minimal besser zugegeben betorben weil man eben weil der torpedor schneller das ziel erreicht man kann gerade noch besser hinter dem felsen dann verschwinden oder wie auch immer und auch bei den erforschtbaren torpedowerfern hier wird von 122 auf 119 sekunden nachleitzeiten reduziert der nächste dampfer ist die hin zehn jang der ist der t8 zerstörer der panasiaten und wie soll es anders sein bei t9 und t10 wundig torpedowerfer verändert also werden sie hier bei der hin zehn jang auch verändert auch da gibt es einen geschwindigkeitsvorteil jetzt also ein knoten dazu und die nachleitzeiten torpedowerfer wird auch um drei sekunden reduziert also von 122 runter auf 119 sekunden nächster dampfer ist ein recht beliebtes schiff die irian also so was man so hört zumindest in der community ist das schiff generell eigentlich sehr gut angesehen ist ja quasi der nachfahre der kutusow hier bloß dann ein bisschen verändert wir haben hier eine torpedogeschwindigkeit die verändert wird und zwar jetzt möchte ich ja ganz kurz rüber hauern 68 knoten aber jetzt 69 knoten werden in zukunft sein und die nachleitzeit des torpedowerfers wird von 136 sekunden auf 133 sekunden reduziert also auch da gibt es ein entgegenkommen und ja dann schwimmen die torps hier dreizeinhalb kilometer ist das ist aber ganz ordentlich wohl die meisten leute die torps vergessen und dann geht es weiter mit dem nächsten und neuesten vertreter bei den panasiaten und zwar weiter wukong die wukong bekommt auch veränderung bei den torpedowerfern auch da gibt es wieder ein knoten dazu und die geschwindigkeit bzw die nachleitzeit wird von 110 auf 107 sekunden reduziert und die geschwindigkeit ist jetzt dann 64 knoten in zukunft nicht mehr 63 wie hier noch angezeigt wird das hier die werte die ich immer einblende sind die werte wie das schiff jetzt gerade noch zu dem zeitpunkt wo ich das video mache eben im spiel verfügbar ist und dann kommen wir zum letzten schiff in diesem video und zwar zur silly wangi und ehrlich gesagt hatte ich als ich gesehen habe dass das schiff verändert wird gehofft dass den deutlicheren buff gibt es gibt eine veränderung gibt gibt auch ein buff aber leider nicht so deutlich wie ich mir die ein bisschen erhofft habe weil für mich ist dieses schiff immer noch ja sehr sehr gefechtsanfällig hängt ganz viel damit zusammen ob ein zweiter dd oder dritter dd als gegner da ist oder ob man gegen ein nur ein dd fährt sei es einfach mal und dann dem vielleicht auch ausweichen kann und so eine sachen aber gut das ist mein persönliches empfinden es geht jetzt eher darum was hier veränderungen vorgenommen werden aktuell schwimmen die torpedos 61 knoten schnell und auch da gibt es eine veränderung und zwar auf 62 knoten und dazu kommt noch eine ladezeit veränderung von 131 sekunden reduziert auf 128 sekunden also die effektiv drei sekunden schneller nach mit den richtigen buffs kann man das sicherlich noch weiter runterdrücken nachher aber also veränderung bei den verbesserungen und so weiter und auch hier torpedoberwachungskompetenz sollte ja hier unbedingt es gilt ja ganz klarer torpedodd aber ja das sind die änderungen die wir jetzt haben und ich glaube trotz alledem dass die silly wangi nicht zu einem neuen superschiff machen wird man muss den spielstil mögen damit man dann da auch einigermaßen glücklich mit wird jetzt hoffe ich dass das video euch wieder ein paar informationen gebracht hat die ihr vorher so noch nicht hattet wenn dem so ist würde ich mich sehr über den daumen nach oben freuen über eurem abonnement oder eben die glocke eine weiterempfehlung bei euren freunden und ja dann sage ich bis zum nächsten video bis zum nächsten live stream hier auf dem kanal euer siekrautsteam euer andy haut rein ciao ciao abonniere Vielen Dank.